Herzlich Willkommen wieder und herz zur zweiten Folge von Let me ride. Wir suchen unseren Ausweis und was ist der Ausweis? Einschlüssel? Ah, hier ist meine ID. Die ganze Brieftasche mit. Dieser Ort ist nicht mehr als ein Bachelor Pad, oder? Es war so viel, was ich habe zu tun. Alle die Veränderungen, die ich gemacht habe. Und wie Sie mich verabschieden? Lachen zu meinem Gesicht? Du bist nicht mein Kind. Meine Lieblings sind besser. Oh, stopp es, Alison. Du musst dich zu retten, zu retten. Just grab your Paystubs, so dass du die Hölle von hier rauskommst. Da lag noch Geld. Du musst den Rest nicht mitnehmen. Gott, die Welt fühlt sich so f***ig klein gerade jetzt. Ich muss einen Weg finden, um mich aus meiner Kopf zu kommen. Also, ich sehe ja kurz aus wie ein Waschbär. Nur ganz kurz. Alison, bitte. Komm schon, Alison. Nicht beginnen. Ich fühle mich nicht, zu nichts zu hören. Oh, nee. Die Aufnahme ruckelt. Warum? Einen Moment. So, es geht weiter. Tut mir leid, ich muss so kurz einmal mein Aufnahmegerät wechseln. Ich habe nämlich noch das Falsche drin, es ist... Aber ich habe nämlich zwei, also ich habe übrigens drei verschiedene Aufnahmeprogramme und einen auch im Falschen drin. Jetzt muss ich kurz gucken. Ich wünsche mir, dass ich ein paar Hubs schraubt hätte, dass ich mir alles vergessen hätte. Okay, mein Programm sagt, ich höre Ton. Ich hoffe, dass es der richtige Ton hier wird, weil ich höre... Also, angeblich sollt ihr Hintergrundmusik hören. Bei mir ist es so leid, ich höre es gar nicht. Das ist halt... Ich höre meine Xbox rauschen und das war's auch. So, bevor wir die Gehaltsabrechnung sollten aufheben, ähm... Geben wir nochmal zurück, wegen der Box. Schon wieder Box. Oh... Eben zum Coin. Marianne, was ist mit dir passiert? Wenn du Hilfe brauchst... Okay, fokuss. Ich habe noch ein paar Dinge missen. Ja... Ein Seinwerfer in ihrem Seinwerfer. Das wird schon eine Sammelfigur dann da sein. Ich ins Fall. Es hat funktioniert. Leider haben wir trotzdem nicht... Ups, da ist mir im Kopf herausgefallen. Leider haben wir trotzdem nicht alle gefunden. Das ist irgendwie schade. Ich werde trotzdem die Augen danach aufhalten, sondern nicht. Aber wenn wir sie halt nicht alle finden... Allison, hilf! Allison, bitte! Der Madhunter! Ich sagte ihm, ich wollte, zu stoppen, zu messen. Aber er würde nicht hören. Das Papierwerk ist nicht da unten. Okay. Anscheinend vermischen sich ihre Erinnerungen gerade. Oh, das ist doch nicht die Gehaltsabrechnung. Dann weiß ich nicht, wo sie ist. Ich war zu fest davon überzeugt, dass es hier wäre. Würde ich denn eine Gehaltsabrechnung hinlegen? Bruder, Bruder... Wir schauen uns nach uns. Das ist was du gesagt hast. Aber du sagst nicht, was du sagst, hast du? Das sind nur言ungen. Du hast mich verlassen, Allison. Alle allein und Angst. Was ist falsch mit mir? Weiß ich nicht. Aber du nimmst mir sehr oft meine Kontrolle weg. Hier wäre jetzt ein guter Schocker gewesen. Und als hier unten dann so der Jäger da stehen würde. Wichtige Sachen sind im Regal. Hier sind sie. Wie immer will ich nicht wissen, wo sie siehst. Ich denke, ich habe alles, was ich für die Applikation brauche. Wo kommt das von? Wo habe ich letzte Nacht mein Telefon verlassen? Nein. Das ist halt zum Beispiel krass. Das höre ich gar nicht, das Telefon klingeln. Jetzt höre ich es. Ob ich echt nur, wenn mein neues Headset denn da ist. Bestellt ist es schon. Der Keller. Der Ursprung ist bösen. Der Keller. Der Ursprung ist bösen. Es fehlt nur so ein böser Kamin irgendwie, der so aussieht als würde er einen einkrinsen. Oh, mein Telefon. Ich muss ihn finden. Gott, wo ist es? Da unten. Oder dem Buch. Was ist es hier? Der? 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 I'll be there. Alright, thank you. See you soon. I'm ready, ikke? Grab the file, get dressed and head out. Or, it'd be nice to make a gift for Dee. God. My hands are still shook. Du bist selbst erst, Marianne. Das ist eine völlig andere Leben. Eddie kann nicht mit einer von Carol zu entfernen. Ich habe genug Zeit, um etwas für D. Ich war nicht im richtigen Raum, um etwas zu machen. Ich sollte es wieder versuchen. Ein Bolz anhängen. Der Witscher. Okay. Hallo. Angel. Angel stuff. Eddie hat schon zu lange zu fischen. Ich weiß, dass er es missbraucht. Abteilung für Jagd und Fischalaska. Ja. Halt ein Erlaubnis scheinen, würde ich sagen. Jedes Mal umsonst, bloppt irgendwas auf. Das ist dieses Etikett. Okay. Tyler und ich sollten über das Meer fahren. Wenn wir Dinge aufbauen. Dann baue ich hier ein Geschenk. Ja, das ist schwer sein. Zwei Stöcker zusammen. Dann hast du einen Speer. Kann ich auch so bei mir spielen. Ich kann sowas. Ein Stock. Ein Stück Steinen. Dann hast du ein Messer. Dann noch ein paar Fasern. Dann muss ich eine Axt machen. Ich hätte jetzt gerne gesehen, wie sie es macht. Ja, wir hoffen, dass hier Eddie nicht mit dem gleichen Geschenk kommt. Dann stetsch den mit Hofte ab, dir sagen. Dann wordsch den mit Hofte ab, dir sagen. Da sitzen mit Hofte ab. 情. Hallo, Allie. Wir haben uns gestritten. Tessa sagte mir ein bisschen über was passiert im Cemetery. Wenn du mich überraschst, schau es. Sie hatte es zu kommen. Sie fuhr hinter Marianne's back. Und wir haben uns fast getötet. Was sie getan hat... ...hierliche Auswirkungen. Aber ich glaube, dass sie sie versuchen, zu helfen. Außerdem... Sie zwei nicht sagen was, was sie nicht bereits zu denken. Sie hat sie lange verletzt. Sie war nicht die einzige. Es gab viel Verletzungen. Ich bin froh, dass du das gesehen hast. Es scheint, dass dein Bruder... Er ist nicht so verletzend, ist er? Er ist ziemlich schwer. Especially auf Eddie. Aber wir haben beide Angst, die Leute zu uns lieben. Ja, natürlich. Er ist völlig verletzend. Obwohl... Ich bin froh, dass du alle die Verletzungen genommen hast. Ich habe gehört, dass du mit deinem Bruder mit deinem Bruder... Ich hoffe, dass dein Bruder verletzt die Verletzungen verletzt. Er wird. Ich meine... Er wird. Ich bin froh, aber... Ich bin ziemlich verletzt. Oh, natürlich. Ich lasse dich zu resten. Ich sage Michael, dass es keine Chance gibt, zurück zu gehen. Okay. Danke, dass du bei uns stoppenst, Tom. Tschüss, jetzt. Aufmerksamkeit. Sie wurden mit den amerikanischen Türen, die von außen einfach zu einfach öffnen sind. Du bist jetzt frei. Du bist jetzt frei. Das ist nicht passiert. Wir haben ein Plan. Du bist mit einigen Waffeln, wenn du willst. Das ist Eddie's Art von sagen, dass ich mich überrascht über dich. Oh, das ist schön. Aber ich hatte ein verdammt grosses Bruder, also ich bin gut. Mhm, mhm. Ich bin froh, dass du hier bist, Michael. Danke für dich kommen. Natürlich. Wenn ich hör was, ich wusste, dass die Bitches Grotto hatte zu gehen. Ich glaube, ich habe viel Zeit für die letzte Saison von Witches of Eldam, jetzt bin ich verletzt. Warte, bis du siehst, wie sie Mabel gemacht haben. Du wirst zu schlafen, wie ich es gemacht habe. Ich weiß nicht. Ich habe viel Freitag vor mir. Allison. Was ist passiert? Tyler und ich haben uns gestorben. Tyler und ich hatten letzte Nacht einen Kampf. Ich war so glücklich, ihn zurück zu haben. Aber was, wenn 10 Jahre zu viel war? Und wir sind zu anders. Ich glaube nicht. Du denkst. Du musst nur noch wissen uns wieder. Starten mit der kleinen Sachen. Figure out, was uns die Lieblingsfühle sind. Und dann, um die große Dinge zu entwickeln. Ja. Das macht Sinn. Die letzten Tage sind viel. Und es ist total okay zu sein. Du wirst das alles herausfinden. Du wirst das alles herausfinden. Die Familien sind gebrochen. Sie sind einfach gebrochen. Sie sind gebrochen. Ich muss nur relaxieren. Ich muss nur relaxieren. Also, vielleicht wird das hier aufzunehmen. Ich glaube, ich habe den perfekten Ort gefunden. Check es heraus. Es ist ziemlich cool, nicht? Der Boden ist ein bisschen hoch, aber es hat zwei große Bedrohungen, und eine View von der Channel. Ich kann tote Menschen sehen. Es ist okay. Ich bin gut. Ich habe es. Ich muss nur... Ich muss nur... Ich muss nur nach unten sitzen. Ich kann tote Menschen sehen. Es ist okay, ich habe es. Was ist passiert? Was soll ich das machen? Gott, alles? Meine Anxiety ist durch den Rücken. Ich kann nichts essen ohne mich zu essen. Und... Und ich habe gesehen, Erinnerungen... von Marianne, und ich, und Tyler, als wir Kinder waren, und Eddie, und... Es war einfach nur... diese Dinge, ich bin sicher, wirklich passiert, aber... jetzt... ich sehe sie überall... ... und ich habe keine Gedanken über mich. Ich weiß nicht, wie viel mehr ich kann. Das ist schwer. Entschuldigung. Ich verstehe, okay? Ich verstehe. you must think i'm completely nuts no i think you went through some really bad shit you never saw anyone about it right yeah i've looked into therapists a few times but they're all so far away so expensive well you know what i went through in 2011. i don't know if i'd still be here if i hadn't gotten help you got that money coming in from the house for our apartment in juno i don't want to bail on you look i know you hate letting people down but you got to put your own oxygen mask on first i get that and so does tyler thanks i'll try i really need to work on the house today but tyler's crashing out there i'm not sure if i'm ready to face him if you want i could go out there see how he's feeling and if he's ready to talk what do you think that's yeah maybe that's the work i hope he'll talk to you though he's never been the best at opening up to new people you sure yeah of course i don't mind trying if i might patch things up and you too oh shit i'm gonna be late for my lunch with d i think we should be on the gate i still need to change and stuff but i can drop you off at the store if you want sure thanks no michael thank you for listening i mean you 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 you